Bro Laura hat mit mir Schluss gemacht. Was? Warum? Du hast doch gestern ihre Familie kennengelernt. Ja, die haben mich auf ein Abendessen eingeladen. Und ich war so nervös. Ich komme also am Haus an. Hatte aber so kranke Magenprobleme. Bestimmt, weil ich so nervös war. Aber wenigstens hat mich der Familienhund Bello direkt gemocht. Au, wenn der Hund dich mag, ist das ein gutes Zeichen. Wir haben uns dann an den Esstisch gesetzt und Bello hat sich unter meinen Stuhl gelegt. Beim Essen bin ich dann fast geplatzt. Ich konnte es nicht mehr aushalten. Und mir ist so ein lauter Furz rausgerutscht. Ich dachte schon, ich fliege raus. Dein Ernst? Der Vater von Laura schreit nur Bello. Sonst nichts. Alter geil. Der Vater dachte, das war der Hund. Hast noch mal Glück gehabt. Ich bin noch nicht fertig. Ich hatte so Blähungen. Es macht noch mal Pfft. Mir entweicht noch ein Lüftchen. Der Vater schreit wieder nur Bello. Und dann? Bro, ich konnte mein Glück kaum fassen. Aber ein drittes Mal. Pfft. Und der war echt sehr ekelhaft. Der Vater steht auf und schreit, Bello, komm da endlich unterm Stuhl weg. Der kackt dir gleich auf den Kopf.